Das ist ein Rockabilly-Requiem. Six strikes in Rock'n'Roll! Man, ab jetzt starten die Rebels richtig durch! Hubertus war der coolste Typ, den ich kannte. Er und seine Jungs schrien es jedem entgegen. Wir stehen auf 50er-Jahre-Musik. Wir sind Welt und wir sind frei. Wenn ich jemals heirate, dann neulich beide zusammen. Weißt du, ich kapier einfach nicht, wie Demi überhaupt mit so einem Wichsen wie die uns... Ey, komm nicht in meinen Wacken! Jungs, immer schön die Nerven bewaffn. Die Black Jets suchen eine Vorgruppe für ihre Tour. Deswegen brauchen wir so schnell, wie es geht, ein Demo-Band. So wie es jetzt ist, soll es für immer stehen bleiben. Das ist mir so was für mich! Besser einen strengen Vater als gar können. Scheiße! Guck mich an! Komm hoch! Die Frage ist... Bleibt man stehen? Oder läuft man weg? Ja! 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 Rockabilly-Rick-Rick-Rick-Rick! Hey! Hey! Rockabilly-Rick-Rick-Rick-Rick! Nooo! Und das ist eine Sache zwischen mir und meinem Sohn. Oh, 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 oh.